Sarah Engels hat sich etwas ganz besonderes für ihren Sohn Alessio überlegt. Gemeinsam geht die Familie auf eine Schatzsuche. Sarah Engels, 29, genießt ihr neues Leben mit vierköpfiger Familie. Am 2. Dezember 2021 kam Töchterchen Solea Liana auf die Welt und hält sie und ihren Mann Julian Engels, 28, ganz schön auf Trab. Gemeinsam mit Sohn Alessio, 6, unternehmen die vier nun ein kleines Abenteuer. Punkt Sarah Engels, wir sind echte Piraten. Sarah Engels hat sich die Tragetasche geschnappt und kuschelt mit Solea, während die Männer dabei sind, eine spannende Schatzsuche zu lösen. Auf die passende Verkleidung verzichtet die Sängerin dabei natürlich auch nicht. Ob sie den Schatz letztendlich gefunden haben? Das erfahren Sie im Video. Untertitelung des ZDF, 2020